Ach, das ist ein brennender Reifen. Ach, Mist, ich kann nicht schwimmen. Ich habe zu spät Abspringen gedrückt. Brennt das? Ne, nur im Hintergrund. Warum haben die Menschen Angst vor mir? Ich muss da wahrscheinlich wieder zurückgehen. Also wenn die geschnappt hat, ist es sofort weiter. Gut zu wissen. Ah, jetzt der Hoch. Zumindest kann ich hierüber. Geht es ja anscheinend auch weiter. Was ist das? Das ist eine schlechte Idee, aber mit dem kann ich interagieren. Renne! Verdammt! Was? Lebe ich noch? Ne. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Oh, komm. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Jetzt habe ich einen guten Vorsprung. Häh, was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Scheint nicht, wenn die hier ist, muss ich springen. Oder muss ich mich hier verstecken? Ach, die sieht mich doch trotzdem. Ich hab da nur einen Versuch. Ja. Ja. Ja komm. Ja komm. Oh. Oh. Ah. Huh. Hoffe ich mich jetzt erschrocken. Hm. 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 Hä? ich weiß was ich machen muss also ich weiß was ich machen muss aber das nicht ich glaube ich muss an an dem ding ziehen ab damit ab dafür schön pelzisch macht komische geräusche ein rabe körper schmeiß runter oh so mhm diese hütten hier hier das wasser hier 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 hier